TBWT Fight Mixed Das TBWT Fight Mixed Training ist für den Freizeit- und Wettkampfsport konzipiert und beinhaltet Elemente aus dem TBWT, Ringen, Jiu-Jitsu, Wrestling, Judo, Boxen, Thai-Boxen und anderen Kampfsportarten. Das Fight Mixed Training kombiniert Wettkampf- und Selbstverteidigungstechniken. Aus diesem Grund ist das TBWT Fight Mixed Training sowohl für den Wettkampf als auch für die reine Selbstverteidigung geeignet. Da es verschiedene Wettkampfbereiche gibt, können unsere Schüler, die sich für den Wettkampf begeistern, aussuchen, welcher Wettkampfstil für sie in Frage kommt. Es gibt Wettkampfstile, wo Faustkampf und das Ringen, Bodenkampf, kombiniert sind. Ein weiterer Wettkampfbereich erlaubt zum Faust- und Bodenkampf auch den Einsatz von Knie- und Tritttechniken. Der härteste aller reglementierten Wettkämpfe ist das mittlerweile weltbekannte MMA, Deutsch Gemischte Kampfkünste. Bei MMA-Kämpfen sind Schläge, Tritte, Ellenbogen- und Knietechniken sowie alle Bodenkampftechniken aus den verschiedenen Stilen erlaubt. Hierbei dürfen die Kämpfer auch am Boden mit Faust-, Ellenbogen- und Knieangriffen agieren. Dieser Wettkampfsport ist nur für Leute geeignet, die alle eingangs erwähnten Techniken aus den verschiedenen Kampfkünsten über einen langen Zeitraum intensiv trainiert und verinnerlicht haben. Das TBWT Fight Mix Training beinhaltet Trainingsinhalte und Methoden, die Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Kampfgeist fördern. Wer sich im Training richtig auspowern möchte, ist hier im Fight Mixed gut aufgehoben. Auf Wunsch bilden wir dich auch zum Wettkämpfer aus. Anmerkung, das Training ist auch für Leute geeignet, die nicht an Wettkämpfen teilnehmen möchten. Wir laden dich herzlich zu einem kostenlosen 14-tägigen Probetraining in unserer Akademie ein. Anmerkung, das Training ist auch für Leute geeignet. Anmerkung, das Training ist auch für Leute geeignet. Anmerkung, die es heißt, es ist auch für Leute geeignet. Anmerkung, das Training sein ist auch für Leute geeignet. Anmerkung, das Training ist auch für Leute geeignet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.